Es ist Zeit, um uns zu vereinen, um der Welt zu zeigen, jede Frau ist frei. Hallo, ich bin Ms. Gin Akin von der Mädchenpartei Voice. Mein Name ist Dunja Saliba, ich bin Adam Easy. Wir treffen uns einmal im Monat, manchmal im Rathaus, oder meistens im Rathaus, drei Stunden lang. Wir diskutieren mit Frau Sarah Dailami. Ich bin die Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Integration der Stadt Peine. Damit wir, jugendliche Mädchen, keine Angst haben, unsere Meinung zu sagen. Deshalb habe ich auch 2008 die erste virtuelle Mädchenpartei Europas gegründet, namens Voice. Unser Slogan ist ja Voice, hör auf deine Stimme. Wir sind die Peiner Mädchen sozusagen. Wir schreiben Wahlprogramme, unsere Programme geschrieben. Wir haben Preise gewonnen. Wir gehen auf Reisen, also es ist nicht so, wir schreiben, wir machen, wir arbeiten, sondern wir reisen, aber auch auf politischer Ebene, sage ich jetzt mal. Sprich, wir waren in Schweden letztes Jahr, haben Schulen besucht, politische Organisationen. Wir waren auch in Berlin im Bundestag und haben auch mit den Grünen diskutiert über die Umwelt, über die Europapolitik. Hallo, kann mir, ich stehe an. Ja, uns vergeht es um unsere Partei Voice, also Partei in Anführungsstrichen. Wir vertreten viel frauenrechtliche Sachen. Wir haben unsere eigene Meinung, unsere eigenen Standpunkte. Wir reden über Themen, die uns gerade interessieren. Und wir schreiben auch Grundsatzprogramme. Bei uns ist es nicht so, dass wir uns konkret auf irgendeinen Bereich spezialisieren, sprich Frauen, rosa-rote Brille, oh, die Mädchen, pink, alles. Unsere Flyer, da hinten stehen auch E-Mail-Adressen durch, wenn wir Fragen haben. Bei uns ist es so, dass wir jährlich fünf bis sechs neue Mitglieder sind. Dann haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben in zwei Bereichen, bildende Kunst und darstellende Kunst. Und das ist hier die Bühne. Da gibt es einige Rapper oder auch Sänger, die zum Thema Politik etwas vorsingen oder vormachen werden. Ich werde aufgefragt, was ich bin, wer ich bin, woher ich bin. Ich denke nur, warum immer diese Fragen. Wenn ich nicht darauf antworte, können sie es nicht ertragen. Demokratie ist nur ein Wort, solange man sie nicht lebt. Es gibt eine Jury, das ist das Feld der Gesellschaft, da werde ich zum Beispiel sein. Da gibt es Kunstwerke und man darf reingehen und wählen, wie eine richtige Wahl. Zum Beispiel gibt es, eine Frage ist zum Beispiel, gehen sie am 11. September wählen. Bei kommunaler Wahl wollten wir auch die Jugendlichen darauf aufmerksam machen, sie können ab 16. zum Wahl gehen. Jetzt kannst du drei Stunden vergeben. Ich möchte gerne den Mädchen da draußen sagen, dass Politik gar nicht langweilig ist. Früher habe ich mich nicht so für Politik interessiert, seit Voice, aber sehr. Also ich gucke jetzt Nachrichten, informiere mich. Das ist hier eine große Chance dafür, dass wir die Politikverdrossenheit aufbrechen. Von unten, Völker, Völkerung. Auf seine Seite. Zweiter Platz geht an Feminine Movement. Alleinerziehende Frauen finanziell am Ende leben an der Armustranze. Arbeiten geht nicht, weil sonst keine Zeit für das Kind bestände. Seht ihr das ein? Es bleibt nichts. Wenn sich nichts ändert, erhebe ich mich. Über Probleme reden, ich hab nichts zu sagen. In der Politik kommen Frauen, wir tun uns zusammen. Vom Gedanken zur Bewegung, von der Bewegung zur Welle. Wir müssen uns gegen Unterdrückung auf dieser Welt stellen.